Red Bull sucht den Meister aller Pisten. Ein Rennen, vier Disziplinen, direkt hintereinander und ohne Skiwechsel. Beim zweiten Red Bull Skills am 30. März in der Lenzerheide suchen wir die stärksten Allrounder. Es freut mich extrem, dass ich da mitfahren darf. Ich bin echt mal gespannt. Ich glaube, dass ich mit einem riesen Saar am Schienenstart gehen werde. Ich muss mich jetzt aber noch mal ein bisschen informieren. Es sind ja schon ein paar Kolleginnen letztes Jahr mitgefahren. Melde dich jetzt an unter redbullskills.ch und fordere mich und andere Weltcup-Forder heraus. Dach, 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 Dach!